Boom shakalaka, ich begrüße euch zu einem neuen Video. By the way, danke für eure geilen Kommentare immer unter den Videos. Ich lese mir echt viele Kommentare durch und ich muss echt oft lachen. Ihr seid schon ein bisschen lustig. Also ein paar von euch zumindest. Ich habe heute mal die Überwachungskameras in unserem Garten gecheckt. Und dort habe ich meinen Onkel entdeckt, der dort gerade an unserem neuen Pool arbeitet. Ich glaube, er will da gerade die Treppe testen und ob alles passt mit der Höhe und so weiter. Was hat er da versucht? Wie konnte er es so lange nicht schaffen, die Ballons zu halten? Und dann flippt er auch noch in einer Rückwärtsrolle diese Treppe dort weg. Also gut, dass er es getestet hat. Der Pool hat schon mal den ersten Sicherheitscheck verkackt. Sommer, 35 Grad, die Sonne scheint. Und was gibt es da besseres als ein leckeres Eis? Boah! Was ist so euer Lieblings-Eis? Also meins ist 100% Joghurt-Eis. Das ist das Beste. 10 von 10 für mich. Ich habe da jemanden gefunden, der macht Eis selber. Und das auf seine ganz eigene, spezielle Art und Weise. Ketchup! Ketchup im Eis! Bro! Das ist echt ekelhaft! Das hat auch nichts mehr mit eigenem Geschmackssinn zu tun oder so. Was machst du da? Das ist nicht dein Ernst. Das ist ja mal so ekelhaft. Du gehörst wirklich eingesperrt für diese Sünde. Wer denkt sich im Sommer so, hm, ja, ich könnte jetzt ein Vanille-Eis, Schoko, Mango oder Stracciatella essen. Oder ich snack mir jetzt einfach mal ein Ketchup-Eis mit Wiener. Mit Wiener! Mit einer verf***ten Wiener, Bro! Widerlich. Ey, Bruder! Echt nices Video und geile Arbeit, die du da machst. Aber warum ist da dieser Pfirsich, der aussieht wie ein Arsch? Warum? Und warum ist der da drüben auch drauf? Bro-Ski, das ist echt sch***er-random. Und wo wir gerade schon so bei random Videos sind, der Brä hier spielt einfach Minecraft in Real Life. Geiler Typ! Ich hab beim ersten Mal gedacht, er geht da in irgendeinen Schmuckladen und zerhackt einfach die Vitrine und klaut alles. So ein richtig Ehrenloser. Aber zum Glück ist es ja nicht so. Und dieser Brä hier ist einer von uns. Er spielt einfach nur ganz friedlich Minecraft in Real Life. Alles okay. Alles korrekt. Netter und freundlicher Typ. Wirklich. Und für alle, die tatsächlich immer noch kein Englisch können. Wenn dir klar wird, dass du diesen Montag Schule hast. When you realize that you have school this Monday. Besser hätte er es nicht treffen können. Ohne Witz. Genau das ist meine Reaktion. Eins zu eins. Es ist Sonntag und man ist einfach nur am Chillen. Und irgendwann im Laufe des Tages kommt dieser eine Gedanke. Und man realisiert, dass morgen wieder Schule ist. Und man schiebt original genau diesen mentalen Zusammenbruch. Dieser Typ hat einen Oscar verdient. Ich bin auf einen Podcast gestoßen. Und wirklich. Wer hier jetzt lacht. Ist offiziell. Gottlos. Wirklich. Gottlos. Hi, I'm Kiko. I'm 23. I go to UCSB. And I also bartend. Mein Name ist Optimus Prime. Wir sind Autonomous Robotic Organismen von der Planeten Cybertron. Das ist echt so ehrenlos. Die Arme. Ich habe nicht gelacht, okay? Und ich hoffe ihr auch nicht. Und ich habe noch mehr Memes mit ihr gefunden. Hi, I'm Kiko. Ich bin 23. I go to UCSB. Und ich habe auch bartend. Hi, I'm Kiko. Hi, I'm Kiko. Hi, I'm Kiko. Hi, I'm Kiko. Gottlos, wer hier gelacht hat. Wirklich. Ich meine es ernst. Gottlos, wer hier gelacht hat. Ich habe nicht gelacht, okay? Hey, vergesst mal ganz kurz alle Handyhüllen, die ihr kennt, habt oder euch vielleicht holen wollt. Egal ob normale Hülle. So ein Chicken. Ein Gesicht mit einem Auge. What the fuck? Alle diese Handyhüllen sehen vielleicht ganz cool aus, aber ich habe die perfekte Hülle gefunden. Ich brauche das. Ich muss sie mir kaufen. Das ist einfach so genial. Egal wo du bist, du bist der Champion mit diesem Teil. Ohne Witz. Jeder wird dich feiern, wenn du mit dem Ding in der Tasche rumläufst. Stellt euch mal vor, ihr seid so im Bus und telefoniert mit eurer Mutter. Was müssen sich die anderen dabei denken? Bist du Single? Ja. Willkommen auf Mallorca. Um 6 Uhr morgens. Der Brä hier ist immer noch wach von der Party gestern und wollte nur entspannt sein Döner essen. Und auf einmal wird er interviewt. Jawohl, wie lange bist du Single? Fünf Monate. Fünf Monate. Wie heißt du? Flo. Bro? Flo. Ach, Flo. Okay. Ey, der Arme ist doch komplett in einer anderen Welt gerade. Wie betatscht er sein Döner, Alter? Will der irgendwas von ihm? Sin, Sin City wasn't maybe a... Bro. Woher kommst du? Österreich. Aus Österreich. Hast du Bock auf eine Freundin? Ja. Ja. Okay, perfekt. Er hat Ja gesagt, weil er dachte, jetzt kommt ein 10 von 10 Mädchen hinter der Kamera vor und er hat das Große losgezogen. Was muss denn so deine zukünftige mitbringen? Meine zukünftige mitbringen? Ja. Fette töten. Wow. Applaus für diese Ehrlichkeit. Wow. Aber ich sag dir ehrlich, Bro. Ich weiß nicht, ob du so besoffen und verfressen eine Frau finden wirst. Ich meine, wenn er mich so auseinander nimmt wie den Döner. Läuft doch. Oh mein Gott. Er hat seine Traumfrau gefunden. Jawoll. Ja. Einfach durch Instagram-Kommentare die Liebe fürs Leben gefunden. King. Der beste Tipp, den mir jemand gegeben hat, waren zwei Worte. Gib auf. Weißt du, was meine Antwort war? Zwei Worte. Du wirst sehen. Ähm. Das waren vier Wörter. Du Vollidiot. What is Bro doing? Man. Ja. Ja. Stellt euch mal vor, irgendeine 50-jährige Mutter, die sowieso schon gestresstes Todes ist, weil sie unnormale Flugangst hat, bekommt dieses Bild geschickt. Bro, die wird doch durchdrehen. Die rastet dort hinten im Flieger komplett aus. Der Flug muss gecancelt werden wegen dir, nur weil du so ein Bild geairdroppt hast. Wie Männer und Frauen sich beieinander entschuldigen. Männer. Okay, Baby, I'm sorry. Simple. Normal, ganz simpel und einfach. Einfach entschuldigen und jeden möglichen Stress aus dem Weg gehen. Ist ja auch logisch. Weniger Bad Vibes und so, ist gleich besseres Leben. Und wie Frauen sich entschuldigen. Der Hund war ziemlich authentisch. 100% true. Genau so und nicht anders. Women. Dieser eine Kollege beim Essen. Digga, schau mal vor, die Cola, die du trinkst, ist Durchfall, Alter. Und in deinem Burger ist Kacke drin. Ich hasse diese Leute. Wieso gibt es solche Menschen? Wieso müsst ihr mich sogar beim Essen abf***en? Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Tomaten sind Tage von einer Frau. Jeder kennt diese Menschen. Das ist so ekelhaft, wirklich. Genau so schaue ich auch immer, wenn mir so jemand gegenüber sitzt. Puh, was war das wieder für ein verrücktes Video. Und zum Runterkommen, gönnt euch diesen süßen Hund. Puh, das hat echt nochmal gut getan. Und wenn du der Meinung bist, dass du kein Hund bist, dann like dieses Video. Wir sehen uns morgen wieder um 15 Uhr. Peace Freunde und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.